Hanse Sound veröffentlicht Bulletproof Monk aus dem Jahre 2003 in drei verschiedenen Mediabook-Editionen. Alle Cover-Varianten wurden dabei neu erstellt und sind jeweils limitiert auf 333 Exemplare. Soviel mal zur Theorie. Wir gucken uns selbstverständlich die Mediabooks im Einzelnen nochmal genauer an. Wir haben hier Cover-Variante C, hier haben wir Cover-Variante B und hier haben wir Cover-Variante A noch original verpackt. Und mit dem starten wir selbstverständlich auch. Der FSK 16 Sticker war wie immer auf der Folie drauf. Das ist natürlich löblich. Dann haben wir hier ein matt gehaltenes Mediabook. Und wenn ich das so ein bisschen schwenke, dann seht ihr schon hier unsere zwei Knarren in den Händen von unserem Mönch. Wie schön die sich abheben, denn die sind mit so einer Glanzfolie veredelt worden. Genauso eben die Patronen ringsherum. Und auch der Hintergrund hier, dieses Licht hinter unserem Mönch hebt sich sehr schön ab vom Mattenhintergrund. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen so einen 3D-Charakter hier. Auch mit diesen einzelnen Elementen. Ich komme hier mal ein bisschen höher. Dann seht ihr das eventuell besser. Ja, auch hier hinten. Und hier diese Patronen, die richtig auf ihn einschießen. Kommt richtig cool rüber. Hier unten auch. Und auch dieser Schriftzug ist mit so einer Glanzfolie veredelt worden. Auch das natürlich sehr löblich. So wollen wir das. Da wurde sich Gedanken gemacht. Wunderbar. Dann gucken wir uns den Spine an. Hier oben haben wir das Hansesound-Logo. Dann haben wir hier Bulletproof Monk drauf. Und darunter haben wir nochmal so eine Patrone, die sich ebenfalls hier, wie man sehen kann, schön abhebt. DVD- und Blu-ray-Disc-Logo. Das Einzige, was man hier vielleicht monieren könnte, ist, dass eben vorm Hintergrund dieser blaue Streifen hier noch nach vorne ein bisschen mit reinschaut. Aber wenn das das Einzige ist, was man findet, dann passt es doch eigentlich. Dann haben wir hier eben diesen blauen Balken. Erstmals als limitiertes Media Book mit DVD und Blu-ray-Disc inklusive einem 28-seitigen Booklet. Bulletproof Monk. Der Schriftzug hier ist wieder mit so Folie, Glanzfolie drauf. Das sieht man hier auch ganz gut. Wunderbar. Dann haben wir eine Inhaltsangabe, ein paar Setfotos. Und darunter haben wir die Credits. Außerdem natürlich die technischen Spezifikationen. Hier beim Ton ganz wichtig. DTS-HD Master 5.1, deutsche Tonspur und auch deutsche Untertitel. Und ganz unten links haben wir dann noch die Limitierungsnummer. Limitiert, wie gesagt, alle Cover-Varianten auf 333 Exemplare. Und hier haben wir auch die Nummer 333. Jo, soviel einmal dazu. Dann machen wir das Ganze auf. Haben hier dann eben eine schön gelabelte Disc. Das dürfte Cover-Motiv C sein. Wunderbar. Darunter haben wir auch einen schönen Innenprint. Der ist sehr farbenfroh, sehr scharf, gut bedruckt. Sieht man auch nicht so oft. Da hapert es oft beim Innenprint. Dann haben wir hier das Booklet, ist reingeklebt. Wir sehen es aber hier, keine großen Klebereste oder so draußen. Das Papier hat jetzt eine einheitliche Dicke. Das passt auch wunderbar. Und der Buchrücken ist jetzt, wie bei den letzten VÖs, immer etwas dicker. Jo. Soviel einmal dazu. Dann schauen wir uns das Booklet einmal selbst an. Wir haben hier sehr schöne Fotos mit drin. Sehr scharf auch. Kann man erwarten bei dem Alter des Films. Ist aus dem Jahre 2003. Und da liegen dann eigentlich schon bessere Fotos vor, als bei Filmen aus den 80ern oder 90ern. Wir haben ein 28-seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach, das mal wieder sehr informativ ist. Mit sehr viel Begleittext, Hintergrundinformationen und auch Fachwissen. Muss man auch ganz klar so sagen. Dazwischen haben wir immer so ein paar Bilder mit eingestreut. Hier haben wir Chow Yun-Fat, der unseren kugelsicheren Mönch spielt. Schon seit Jahrhunderten eine geheime Schriftrolle bei sich trägt, die verleiht einem Menschen viel Macht und auch Unsterblichkeit. Jetzt ist es aber an der Zeit, diese Schriftrolle weiterzugeben. Und so verschlägt es ihn nach Amerika laut Prophezeiung und dort sein Nachfolger oder hält sich dort sein Nachfolger auf. Und diesen sieht er in Sean William Scott hier, der so ein Kleinganofe ist und zuerst gar nicht mitmachen möchte. Sich dann aber überreden lässt und dann hier trainiert wird. Wie immer einen lustigen Spruch drauf, unsere Stiffler, ich weiß nicht, manche Schauspieler haben das einfach so weg, oder? Diese Paraderolle kennen wir ja und wir kennen das ja auch vom Welcome to the Jungle mit Dwayne Rock Johnson. Auch da hat er immer ein paar lustige Sprüche auf Lager gehabt. Das passt auf jeden Fall. Dann geht es hier weiter mit, wie ihr sehen könnt, eben sehr viel Text. Hier haben wir noch so ein Kinoplakat oder DVD-Blu-ray-Plakat, wüsste ich jetzt gar nicht genau. Ist auf jeden Fall hier auch sehr schön und sehr scharf und farbenfroh abgedruckt. Hier nochmal unseren kugelsicheren Mönch und die einzelnen Bilder, die hier mit drin sind. Ihr seht es, also das ist von der Schärfe her voll in Ordnung. Dann geht es mit viel Schwung auf die große Leinwand, die Suche nach Cast und Crew. Dann eben nochmal um den Film selbst. Später geht es dann auch noch um die Veröffentlichung. Ich habe mir das vorhin einmal durchgelesen gehabt. Also das ist wunderbar. Denn wie gesagt, ich habe hier noch Cover-Variante B und C vor mir liegen. Und die waren dann eben ohne Folie, auch ohne Disc. Braucht es ja nicht, aber zum Herzeigen ist es wunderbar. Und zum Booklet schon mal reinspicken und lesen, vorab informieren. Vor so einem Video, ja gar nicht verkehrt. Also wunderbar. Hier sind wir dann eben bei der Veröffentlichung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und dann kommen wir auch zur letzten Seite. Ganz unten haben wir nochmal ein bisschen was über den Autor. Und dann auch hier eine schöne Quellenangabe. Und da sieht man dann, dass es ausführlich recherchiert wurde. Dann kommen wir hier zur letzten Seite unseres Booklets. Hier haben wir noch Marcus Jean Pirey als Mr. Funk-Tastic drauf. Ja, und da haben wir dann auch noch eine schön gelabelte DVD. Das entspricht der Cover-Variante B. Und darunter haben wir nochmal einen schönen Innenprint. Das Ganze ergibt eigentlich auch ein schönes Bild hier zusammen. Und auch der ist wunderbar scharf, farbenfroh. So wie das sein muss. Dann kommen wir hier zur Cover-Variante B. Und auch hier können wir sehen, dass so eine Glanzfolie mit drauf ist. Und hier rund um unseren Mönch geht. Sieht echt cool aus. Vor allem die Farbe Blau. Meine Lieblingsfarbe. Und wir sehen das, wie das sich so spiegelt im Softbox-Licht hier drumherum. Hebt sich auch wieder sehr schön ab von unserem matten Hintergrund. Auch der Schriftzug hier ist mit so einer Glanzfolie versehen. Auch das passt wunderbar. Einziges, was vielleicht den einen oder anderen stören könnte, ist, dass der Titel hier Bulletproof eben diesen Bindestrich drin hat. Ich finde, das sieht optisch aber eigentlich ganz gut aus. Hat man gut gelöst. Und hier das Öl von Mönch. Ja, das kommt sehr nah an den Strich dran. Aber gehst du weiter runter, dann hast du hier zu viel Abstand. Also irgendeines Todes muss man sterben sozusagen. Aber ich finde, das geht im Großen und Ganzen designtechnisch eigentlich schon noch richtig in Ordnung. Und wie gesagt, hier dieses Bild und dieses Cover-Motiv kommt richtig gut rüber. Dann haben wir hier den Spine. Hansesound-Logo, Bulletproof Monk, DVD und Blu-Ray. Dann haben wir hier die Rückseite. Und die Rückseite unterscheidet sich auch wieder von Cover-Variante A und auch von Cover-Variante C. Das können wir dann gleich noch vergleichen. Wir haben hier oben nochmal den Schriftzug mit dieser Glanzfolie. Und hier auch die Bilder. Ja, ihr seht es hier. Die Szenenfotos, die sind anders. Ja, und heben sich auch eben durch diese Glanzfolie nochmal ab. Das haben wir hier nicht. Kann man so zu vergleichen. Hier seht ihr das nochmal. Andere Bilder. Einmal mit Glanz, einmal ohne Glanz. Also hier wechselt man schön ab. Das finde ich cool. Und hier unten ist dann noch Cover-Variante B. Außerdem, was richtig schön ist, ist, dass man hier auch andere Innenprints hat. Als bei den anderen Cover-Varianten. Und hier haben wir dann nochmal Jamie King. Im Innenprint. Wunderbar. Soviel einmal zu Cover-Variante B. Und dann haben wir noch Cover-Variante C hier. Und auch hier haben wir so eine Glanzfolie, wie wir sehen können. Über unsere drei Hauptprotagonisten. Und auch hier über diesen Titelschriftzug. Der Druck auch hier sehr gut. Wunderbar. Gucken wir uns den Spine an. Hier nochmal alles. Ja, auch hier diese kleinen Streifchen mit drauf. Aber ich denke, das kann man schon verschmerzen. Ansonsten auch hier der Aufbau. Etwas anders gestaltet. Und wir sehen es, wenn ich es schwenke. Hier haben wir über diese Explosion eben diese Glanzfolie an den Bildern wieder nicht. Also es unterscheidet sich immer andere Fotos, anderer Aufbau, andere Glanzfolienverteilung. Also das ist doch eine tolle Sache. Und hier unten haben wir dann Cover-Variante C. Und dann machen wir das hier noch auf. Und dann haben wir hier Sean William Scott noch. Und hier hinten auch nochmal Jamie King. Schöne Porträts hier. Wunderbar. Ja, also demnächst verfügbar. Je nach Shop. Die einen haben es früher, die anderen haben es ein wenig später. Aber auf jeden Fall Ende Juli, Anfang August ist jetzt Bulletproof Monk verfügbar. Im Mediabook in drei verschiedenen Cover-Varianten. Links dazu, falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine Freunde und Servus.